Was geht ab mit dem Kampfsportfreund und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Tyson Fury hat den MMA Größen wie Khabib Magomedov und Conor McGregor schon oft seine Meinung zu ihm gesagt und ja großes Lob ausgesprochen, was sie auch allgemein für diesen Sport geleistet haben und allgemein für den Kampfsport, wie sie ihn wirklich auf die Karte gebracht haben. Und er hat jetzt angedeutet zu Khabib, dass er seinem Beispiel folgen will und sich an der Spitze des Boxsports verabschieden könnte, wenn es soweit ist. Der Gypsy King wird versuchen, sein WBC-Schwergewichtsgürtel zu verteidigen, wenn er gegen Dillian White antritt, nachdem der langwierige Kampf um das Preisgeld in der vergangenen Woche endlich abgeschlossen werden konnte und Frank Warren die Purse-Bit, also den Ausgleich für die Summe, die da in den Kampf reingesteckt wird, mit 42 Millionen gewonnen hat und Eddie Hearn dazu wenig geboten hat. Ja, jetzt wird endlich Dillian White 8 Millionen ungefähr kriegen und Tyson Fury wird über 30 Millionen kriegen, was auch sehr, sehr krass ist für so einen Kampf, der eigentlich sehr wenige interessiert, dass trotzdem solche Summen im Spiel sind, das ist einfach nur gigantisch. Und ja, Tyson Fury macht gerade Trash-Talk gegen Dillian White, versucht den Kampf zu promoten, damit es das auch wert ist. Ich denke, es wird nicht viel reißen können. Er wird wahrscheinlich ordentlich Gage an Sitzplätzen für die Arenen in der UK füllen, weil beide einfach aus England sind und dann werden die dort natürlich die Hallen voll machen. Aber jetzt sage ich mal so, Pay-Per-View-technisch wird es jetzt nicht so krass durch die Decke gehen, bin ich ehrlich. Die warten da lieber auf den Kampf U-Sieg gegen Tyson Fury oder AJ gegen Tyson Fury, je nachdem wer halt gewinnen wird. Und ja, zuvor hat er ebenfalls schon angedeutet, dass er sich zurückziehen könnte, wenn er seine Ambitionen erfüllt hat, der unangefochtene Champion im Schwergewicht zu werden und natürlich auch den Payday mit Anthony Joshua mitnehmen möchte. Fury lobte Nurmagomedov in den sozialen Medien und tweetete, dieser Mann hat alles richtig gemacht. Er ist wirklich reingegangen, hat gewonnen und ist an der Spitze wieder rausgekommen. Großer Respekt an Team Khabib Nurmagomedov. Und ja, Team Khabib hat auch darauf geantwortet auf Instagram und hat natürlich diesen Beitrag repostet und hat geschrieben Big Respect und zeigt natürlich auch hier, dass er Tyson Fury als Kampfsportler ebenfalls mega schätzt und hat auch mehrmals gesagt, dass Fury einfach ein hervorragender Boxer ist und dass er natürlich auch zu ihm aufschaut und zu seinen Skills. Und nach seinem letzten Kampf gegen Gage hat Rabib sein Business hoch angepriesen und die Handschuhe an den Nagel gehängt. Er macht jetzt Business, ist in den Ruhestand gegangen, ist richtig mit 29 zu 0 einfach abgetreten, ohne die 0 noch irgendwie zu riskieren. Ist okay, ist schade vor der 30, ich bin ehrlich, aber man kann den Grund ja legitim verstehen. Und jetzt hat er ebenfalls noch gepostet, Real Recognized Real in Bezug auf Tyson Fury. Das heißt, beide schätzen sich, beide sind im Fight Game, beide sind reale Fighter. Finde ich krass die Message. Schreibt mir eure Mann allgemein zu, Tyson Fury doch mal gerne in die Kommentare. Ich denke, er wird nur noch zwei Kämpfe bestreiten, einmal gegen White und dann einmal gegen Usyk oder Joshua. Ich denke, beide werden nicht mehr drin sein. Und dann wird er ebenfalls abtreten und sein Ding machen, weil er auch schon Anfang 30 ist. Am Ende ist natürlich eine Zahl, nur eine Zahl. Und Fury ist mit seinen 33 einfach momentan in seiner absoluten Prime. Aber wer weiß, wie lange es noch hält und durch diese ganze Box-Politik, wie lange es dauern wird, solche Kämpfe einfach auf die Beine zu stellen. Deshalb schreibt mir auch immer in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time in May. Bis zum nächsten Mal.